Es war der Test einer Waffe. Sie riskieren beidseitige Auslöschung. Wir brauchen die Rossi und ihre Crew. Klar bin ich dabei. Anzüge anlegen. Wir gehen auf die Jagd. Erde, Mars, der Gürtel. Es sollte keine Teams geben. Lassen wir uns weiter alles von der Erde gefallen oder machen wir dem endlich ein Ende? Wenn wir in unserer Welt überleben wollen, müssen wir uns für eine Seite entscheiden. Whose side you are? Die Rossi nannte ist einsatzbereit. Es gibt dem Regierungsapparat Leute, die riskieren, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Erde und Mars stehen am Rande eines Abgrundes. Keiner von uns weiß, was das für ein Zeug ist. Die Sterne sind ohne uns Menschen besser dran. Bombenfrei. Wollte ich schon immer mal sagen. Das ist der Beweis, dass wir nicht allein im Universum sind. Irgendwer muss was unternehmen. Das dürfte interessant werden. Who's side who you are?